Geil, das macht so Spaß hier auf dieser Scheiß-Möp-Zusprung. Nein, Granate, Granate, Granate! Ey! Der war aus Stahl, Junge. Gas! Da stehen sie alle rum. C ist doch mein Liebster. Wir haben uns überholt. Jetzt haben wir wieder einen von Vorsprung. Ey, sie haben übelst aufgeholt hier. Die dicke Wette ist dahin. Das dumme Kind. Morgen, morgen Leute und herzlich willkommen zurück auf den Schlachtfeldern der Leidenschaft. Nach zwei Monaten oder mehr als zwei Monaten Abstinenz bin ich nun wieder bereit für ein paar Runden auf dem Schlachtfeld. Ja, und da fang ich am besten erst mal mit Battlefield 1 an. Nein! Uah! Uh! Alter! Schön, der Ballsaal. Ah, ich liebe auch diese Map, Alter. Die ist so geil. Das macht so Spaß hier auf dieser Scheiß-Map zu spielen. Schnell noch Dora mitnehmen oder wie das hier heißt. Ich vergesse das. Ich habe es schon wieder alles vergessen. Das sagt doch nichts mehr irgendwie. Alter, sind wir gut. Los, Jungs. Zum Ballsaal. Gibt alles, Jungs. Ja, meiner ist doch okay. Ja! Schrei nicht so. Uh, uh, uh. Der Eck. Komm mit, Kumpel. Ja, sehr gut. Oh Mann, überall fliegt es rum. In der Nähe deiner Position ist ein... Oh, 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 oh. Scheiße. Schnell zu C. C ist in Gefahr. Ich kotze gleich im Strahl. Aber... Es ist bis jetzt eine knappe Geschichte. 45 zu 44. Uh, da siebt schon wieder einer rum. Das soll mich aber nicht weiter stören. Schmeißen wir erstmal eine Granade in den Hals. Ja, gut. Beschissen geworfen. Uah, uah. Au, au, au. Jod. Albert erobert. Vorhin hat die nicht gesagt, als wir der erobert haben. Aber irgendwie... Naja. Emil, naja. Leck mich im Arsch. Ich gehe wieder zum Ballsaal. Wieder... Oh, da kommt der Ticker raus. Kommt, Ticker. Nicht raus. Rein. Lack da ein Opfer. Mann. Kommt, zerreiß welcher. Nein, scheiße. Jep. Nein, Granate, 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 Granate. Mann, ehe man hier so wieder zurück im Kampf ist. Vergeht ein halbes Jahrhundert, Mann. Ah, ich bin noch nicht auf dem Spielfeld angekommen. Die Idioten haben das Tor zugemacht. Alter, ich muss hier rein. Die schmeißen alles, was sie haben, Jungs. Schmeißt euch weiter. Wieder meine Ecke. Meine Ecke. Granate ist raus. Granate kommt rein. Hast du den zerrissen dahin? So. Hab dich doch genau gesehen, Junge. Dich auch. Die Knochen sind wohl wahrscheinlich nicht mehr zu reparieren. Mal kurz Luft holen hier. Das mit der Selbstheilung hier finde ich auch richtig geil. aus nächster Nähe direkt ins Face geschossen. In your face. Ich brenne. Rauchgranate reingesprungen. Da ist er wieder, oder? Lässt es sich nicht nehmen. Er liebt sein Zäh. Aber das tue ich auch. Was war mit ihm? Da ist er ja ausgerutscht auf den glatten Fliesen. Sehr schön gesehen, Kumpel. Sehr schön gesehen. Bin stolz auf dich. Da kommt, gib ihm noch einer. So, wo stürmen wir jetzt hin, Jungs? 185, 263. Sieht schon... Sieht schon... Los, zerreiß noch welche. Zerreiß noch... Getroffen. Nein, ich kann jetzt nicht. Randolf, ich bin gerade im Spiel. Ich kann jetzt nicht. Wir haben hier den Ballsaal zu erobern und zu halten. Und noch einige andere Sachen. Aber nachher, gern. Nachher drehen wir wieder ein paar Runden. Wenn ich hier durch bin. Hat jetzt irgendeine... Ich kann ja drinnen keine Nachrichten schicken. Oh. Granat ist raus. Ja, da kam er geflogen. Wie eine Rakete, Alter. Werde ich auch wegrasiert. Ich kann mich als Barbier verdienen. Ich rasiere. Ja, wir machen mal noch unseren Vorsprung. Wir erhalten unseren Vorsprung. Munition. Sehr gut. C ist ein Bedrängnis. Hart umkämpft, Alter. Ey. Der war aus Stahl, Junge. Kriegt eine Granate rein. Gott. Stürmt vor ihr. Der tapfere Mann gewinnt das Spiel. Die Bude brennt, Junge. Die Bude brennt. Nein. Oh, der Vorsprung wurde schon extrem ausgebaut. Oh, ihr brennt was. Gas. Gas. Ich habe Tatsache einzurissen. Maske auf. Schade. Scheiße, wir haben Emil verloren. Hin. Komm, Kumpel. Wir müssen Emil. Wir holen das uns allein zurück. Wir brauchen ja noch nicht. Wir machen das ja mal Alleingang. Wir werden das doch schaffen, oder? Ich kann mich erinnern, ich hatte die Knache am Anfang irgendwann mal gespielt und fand die eigentlich gar nicht so gut wegen dem Visier. Scheiße. Emil ist auch noch nicht gerettet. Also, auf zu Emil. Wie gesagt, jetzt finde ich die Knache irgendwie übelst geil. Er bekam einen schmackelten Hitmarker. Granate raus! Hat er sich geschickt abgerollt, oder sah das nur so aus? Wir haben Einsatzstil David verloren, aber David heißt das, nicht Dora. Stimmt genau. Ich habe mich ja noch aufgeregt, wie beschissen dieser Name ist. Ja, ich habe den Sporn entdeckt hier, was? Da stehen sie alle rum. Nein! Komm, gib ihm! Ach, der hat ihn tot gemacht. Ne, da! Ey, das war ja ein Supersporn hier. Die standen ja alle wie angegossen. Ich brauchte sie bloß noch pflücken. Wie reife Äpfel, junger. Ja, ein Baum. Sie wollen noch nicht etwa aufholen hier. Unser schöner Vorsprung. 40 Punkte, genau. Da sind sie alle! Scheiße, wir haben bloß noch gute 30 Punkte Vorsprung. Komm, Dicker! Wo fährst du eigentlich hin? Da muss erstmal meine Granate hin. Schade, jetzt kann ich sie gebrauchen. Ui, ui! Ui! Ui, ui, ui! Dick! Nein! Oh nein! Easy Kill eigentlich gewesen. Oh Mann! Schön. In den Rücken geschossen. So gefällt mir das. Wartet, Jungs. Jetzt komm ich zu euch. So, das war die Rache. Pass auf, da liegen glaube ich noch welche um die Ecke. Nö, die sind weg, die sind weg, die sind weg. Spornen wir mal bei Anton. Albert ist verloren und Emil ist auch. Also nicht Anton, sondern Albert heißt das hier. Und Emil ist auch wieder in Gefahr hier, verdammte Scheiße. Wo sitzen die Spinner? Oh, da kam einer runtergefallen, Alter. Fallobst. Er kam runter wie Fallobst. So, C, Alter. Die haben uns doch schon wieder unser C abgenommen. Junge, Junge, Junge. Das wird ein enger Ritt hier. C ist doch mein liebster Ort. Oh, pfff. Alter. Hier, dicke Granate für dich. 29 für den Scheiß. Kette zerstört. Bertha. Wenigstens was Konstantes. Bertha ist immer Konstant. Bertha ist geil. Bertha ist immer Bertha. So, David war wieder im Bedrängnis. Aber die Jungs sind schon zurück. Alter, sie haben uns überholt. Jetzt haben wir wieder einen Punkt Vorsprung. Ey, sie haben übelst aufgeholt hier. Was soll diese Scheiße? Jungs. Nein, sie sind ab uns vorbeigezogen. Wir müssen hier Vollgas geben. Ich kann dir nicht helfen. Au. Die dicke Bertha ist dahin. Das dumme Kind. Du kannst sie nicht eine Sekunde aus dem Augen lassen. Du kannst sie nicht eine Sekunde aus dem Augen lassen. Dann wollen alle hier an den Arsch fassen. Nein, nein. Da wollte ich nun gerade bei meinem Kumpel spawnen, der sich bei Albert herumtrieb. Da war er kurz unter Beschuss und dann tot. Und ich musste mich doch wieder für C entscheiden. Ja, nein. Scheiße, Jungs. Sie führen. Mit 13 Punkten Vorsprung. Mit 13 Punkten Vorsprung. Was ist da los? Er ist tot. Und schon ist Albert wieder dahin. Mann, ich... Alter, lasst mich in Ruhe. Ich gehe jetzt... Irgendwie zur fetten Bertha. Ich bloß schnau... Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Bertha, die dicke... Na. Hat aber Glück gehabt, lieber. Ja, mehr Glück als Verstand. Schöne Granate, meiner. Schöne Granate. Aber ich auch. Wollte ich eigentlich machen, aber dann standen sie schon da. Gut, Jungs. C. Der Mann braucht Hilfe bei C. Der fliegt ja alles um die Ohren. Ey, da kann man noch klettern. Muss ich doch dann. Emi ist wieder ein Bedrängnis. Da wird sich wohl wieder eine arme Seele verirrt haben und versuchen, Emi im Alleingang zu erobern. So sieht es doch aus, oder? So sieht es doch aus. Da bestimmt war irgendwo ein kleiner Schimmelpilz. So, jetzt gucke ich. Ich bin hier. Da liegt er. Alter, was ist da los? Mann. Warum hat er ins Fensterbrett geschossen? Alter, so ein Scheiß. Verdammter, mein Kill geklaut. Wir verlieren, wir verlieren, Alter. Oh, scheiße, wie konnten sie ja... Wann war der Punkt, als sie uns das Fell über die Ohren gezogen haben? Wir hatten ihnen doch die Schlüpfer so weit über den Schädel gezogen, dass sie gar nichts mehr sehen konnten. Und nun ziehen sie ja knaglos an uns vorbei. Das kann ich sagen. Komm, Bill, schieß zurück. Da hängen sie schon wieder alle. Da fliegt schon wieder alles rein. Ey, kaum stehst du... Mann, hör aber auf hier. Verhalten bei Gasgeruch. Ein tapferer Soldat. Wollte vorstürmen für sein... Was auch immer. Schade. Niederlage. Nein. Mann. Aber ein gutes Spiel. Nach zwei Monaten wieder... Bin ich ganz zufrieden. Ja, so. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Bis. Tschüssikorski. Tschüssikorski. Abi. Tschüssi. Tschüssi.